Wir bleiben unserer Linie treu und ziehen Top-Namen. Richtig attraktive Clubs. Das durchzieht ja jetzt quasi schon das ganze Euroleague-Jahr. Und jetzt haben wir einen weiteren traditionsreichen Club Europas hinzugefügt. Und was natürlich toll ist, die Stadt im April sehr attraktiv. Und es gibt natürlich auch noch ein paar wunderbare Geschichten. Luka Jovic auf der einen, Aris Seferovic auf der anderen, die es wirklich spannend machen. Also da kann ich nur sagen, das ist ein Spiel, auf das man sich freuen kann. Vor allen Dingen werden wir natürlich auch Benfica mal zeigen, wie Top-Stimmung funktioniert bei uns in unserem Heim in der Commerzbankerinnen. Ich bekomme viele Tickets, aber ich habe keine Tickets. Ich habe die Leute aus dem Klub. Aber ich bin glücklich, weil es Portugal ist natürlich. Aber wir haben auch confidence in dem Spiel. Wir wollen die großen Teams, weil wir auch eine große Team sind. Und für uns und für Benfica auch so. Es wird auch eine gute Herausforderung sein. Ja, großer Name. Benfica gefühlt über 60 Titel erreicht. Ja, ich finde trotzdem los, wo wir auch unsere Möglichkeiten haben werden. Ein großer Name, tolles Stadion. Tolle Mannschaft auch. Ja, ich spiele da oft. Und es ist ein großer Stadion, mit einer großen Atmosphäre, wie unser Stadion, mit großen Fans.